Tirol, Österreicher, ganz Europa blickt nach Pertisau am idyllischen Aachensee hier in den Tiroler Alpen. Es ist zum Brennpunkt geworden. Die Pressekonferenz, die hier heute stattgefunden hat, unter anderem mit dem Bundeskanzler Alexander Schallenberg, dem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, außerdem mit dabei Landeshauptmann Platter und auch der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, die haben hier etwas verkündet, das hat doch wirklich Zündstoff, würde ich sagen. Es wird in Österreich eine Impfpflicht geben. Das haben viele bis gestern in den Nacht hinein nicht geahnt, damit hat wohl kaum einer gerechnet. Ab 1. Februar 2022 müssen alle in Österreich geimpft sein, ganz egal ob Impfbefürworter oder Impfgegner. Ob das nicht große Gräben in Österreich aufreißen wird, man weiß es nicht genau. Landeshauptmann Schützenhöfer, mit dem wir schon gesprochen haben, sieht das anders. Der sagt, man will genau jetzt die Skeptiker und all jene, die sich noch nicht impfen haben lassen, mit ins Boot holen. Mit Informationen will man da arbeiten und natürlich auch mit dem, was nicht geimpft bedeutet. Das bedeutet nämlich auch, dass der Lockdown, der ab Montag in ganz Österreich beginnen wird, für Geimpfte mit etwas Glück nach einer gewissen Zeit vorbei ist. Die Ungeimpften, die werden voraussichtlich länger im Lockdown bleiben müssen und außerdem gilt nachher ja noch weiterhin 2G. Also eine schwierige Situation für alle, die sich viel Zeit gelassen haben oder die Impfung total ablehnen. Man soll sich da vielleicht nochmal informieren, am besten beim Arzt seines Vertrauens. Weitergegangen ist mittlerweile die Landeshauptleute-Konferenz. Die findet gleich ein Nebenan im Entners statt. Und auch da werden wir sicher noch den einen oder anderen Landeshauptmann zu uns bieten dürfen. Zum Beispiel Mikl Leitner, die hat sich schon angekündigt. Die werden wir auch fragen, wie es denn dazu gekommen ist, dass jetzt in Österreich tatsächlich eine Impfpflicht eingeführt wird. Vielen Dank.